Du bist in der Arena 5 in Clash Royale angekommen oder bist schon seit längerem stuck in der Arena 5, dann ist es genau das richtige Video für dich, denn im heutigen Video zeige ich euch die zwei besten Decks für die Arena 5 in Clash Royale, außerdem gebe ich euch hilfreiche Tipps und Tricks, wie ihr auf jeden Fall höher kommen sollt, ja, easy peasy Tricks. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Deck, das erste Deck ist dieses hier. Wir haben die Skeletze, wir haben die Magie schützen, wir haben die Riesenfeuerball, Zapp, Megalakai, Prinz und den Bomber. Momentan könnt ihr im Season Shop den Magie schützen und den Prinzen. Falls ihr die beiden Karten nicht habt, könnt ihr natürlich auch zum Beispiel einen Mini Packer spielen, statt den Prinzen und die Musketierin statt den Magie schützen. Aber ihr solltet die auf jeden Fall freischalten, also falls ihr das Video später irgendwann seht, könnt ihr gerne die Karten austauschen, ansonsten, wenn ihr die Karten freigeschaltet habt, spielt ihr auf jeden Fall die beiden Karten. Das Deck ist sehr, sehr stark und auch sehr, sehr einfach zu spielen. Ich werde auf jeden Fall ein Spiel machen, für den Empfehlenden dran zu bleiben und danach zeige ich euch das zweite Deck. Let's go! So, bis es im Spiel ging, Zank 99. Und er geht gleich offensichtlich rein, okay. Gut, wir haben jetzt nicht die perfekte Antwort gegen ihn, aber wir setzen gleich unseren Riesen davor, warum er tankt für unseren Prinzen. Wir können hier zappen. Dann hoffentlich geht hier alles down. Ja, hoffentlich kriegen wir zwei, drei Hits am Turm. Okay, hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es wollte. Falls ihr da reingeht, haben wir auf jeden Fall einen Feuerball. Ich spiele einen Tornado, okay. Ja, gegen solche Gegner spielt ihr auf jeden Fall nicht auf eurer Range. Ich bin gerade sogar extra auf einen anderen Account gegangen, der ein bisschen weniger Pokale hat, um einfach euch zu zeigen, wie ihr sowas zu spielen habt. Aber wir kriegen gerade einen Gegner, der halt irgendwie schon ein Metadeck spielt. Aber macht euch keine Gedanken, das Deck ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr stark. Zappen das, er muss jetzt noch Prinz spielen. Falls nicht, connecten wir am Turm. Und wir kriegen sehr, sehr guten Damage. Wir kriegen sehr, sehr guten Schaden. Er hat auch schon gut gespielt, gesagt. Ich weiß nicht, warum er jedes Mal seinen Magie-Schutz an einer Brücke spielen muss. Ja, gut. Hat er nicht schlecht gemacht, aber es bringt ihn halt einfach relativ wenig. Worte können gar nicht beschreiben, wie nervig dieses Deck ist, das der Gegner spielt. Aber ihr werdet dagegen noch nicht spielen, deswegen macht euch keine Gedanken. Also, ihr werdet nicht gleich von solchen Leuten genervt. So. Evo-Ritter sollte down gehen, geht down. Ich spiele jetzt einfach jedes Mal Feuerball auf seinen Magie-Schützen. Was anderes können wir eigentlich gar nicht machen. Setzen unseren Prinzen. Dann setzen wir den Bomber. Ich hoffe, das geht klar, das geht klar. Ja, dann setzen wir den Magie-Schützen ein. Magie-Schütze ist gut. Er setzt hier einen schlechten Tornado. Ich weiß nicht, was er sich dabei denkt. Wir setzen jetzt einen Feuerball auf seinen zweiten Magie-Schützen. Sein Bombentum geht down. Sein Magie-Schütz ist down. Er muss natürlich noch angreifen. Setzen wir jetzt auf jeden Fall unseren Prinzen defensiv. Und dann setzen wir ihn an der Brücke, unseren Bomber. Nicht, dass er seinen Magie-Schützen an der Brücke spammt. Und wir verteidigen es. Wir haben sogar gewonnen. GG. Das Deck ist extrem stark. Und ihr werdet auch gegen solche Leute erstmal nicht spielen. Deswegen ist das Deck sogar umso besser. Wir kommen zum zweiten Deck. Let's go. Bei dem zweiten Deck handelt es sich dabei um dieses Schweinereiter-Deck. Wir haben den Schweinereiter. Wir haben den Ritzer. Wir haben den Elektro-Spirit. Feuerball. Magie-Schützen. Magie-Schützen, wie eben auch gesagt, im Season-Shop. Momentan bekommt ihr ihn. Zap, Kanone und die Skelette. Falls ihr die Magie-Schütze nicht habt, könnt ihr die Musketierin spielen. Ich glaube sogar, die Musketierin... Also wenn ihr die Musketierin Level 9 habt, dann spielt auf jeden Fall die Musketierin. Weil die Musketierin ist schon besser an dem Deck. Aber wenn ihr die Magie-Schütze frisch freischaltet in der Arena 5, sollte der Level 9 sein. Und wenn ihr die Musketierin habt, die Level 5, 6, 7 ist, würde ich euch trotzdem empfehlen, die Magie-Schützen zu spielen. Ansonsten würde ich das auf jeden Fall so spielen. Also Magie-Schütze in Level 9 spielen. Wenn ihr die Musketierin irgendwann auf dem selben Level habt, würde ich die Musketierin empfehlen. Wir sagen, mach ein Spiel. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich zeige euch, wie das Deck funktioniert. Let's go. So, wie es im Spiel ging, Zoe. Und wir haben natürlich nicht unsere Wind-Kondition auf der Hand. So, wir setzen einfach mal unseren Ritter. Okay, Musketierin läuft weg. Der hat irgendwie nicht so Lust heute. Jetzt mal die Kanone gegen die Valkyrie. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Deck. Okay, ich dachte, die Skelette hätten wir noch. Gut, die Skelette waren ein bisschen unnötig. Ist ja gar wie gerein. Wir haben auf jeden Fall Sepp in der Hand. Falls ihr irgendwie eine Skami spielt. Und das ist auch jetzt ein perfektes Beispiel. Sepp ist sehr, sehr stark gegen solche Karten wie Skelettarmee, Fledermäuse, Koboldgang, Schwerkobolde. Und was es alles noch da gibt. Deswegen haben wir auf jeden Fall Schwerkobolde im Deck. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schnelles Cycle. Also wir spielen hier wirklich gegen Leute mit allen Karten gerade. Deswegen nicht wundern, ihr werdet in Adrien A5 nicht gegen solche Karten spielen. Da ist das Deck sogar noch viel besser. Aber es ist auch ein gutes Zeichen, dass man mit diesem Deck trotzdem auch gegen... Leute spielen kann, die alle Karten haben. Das zeigt auch, dass diese Decks auch irgendwann, wenn ihr höher kommt, sogar noch besser sein werden. Okay, ich spiele mal E-Spirit. Und jetzt zeige ich euch auch, warum E-Spirit so gut ist. E-Spirit ist auch sehr, sehr gut gegen Karten wie Skelettarmee, Fledermäuse. Und deswegen habe ich E-Spirit im Deck. Man kann auch Fire Spirit spielen, aber ich finde E-Spirit einfach ein bisschen besser. So, spielen wir Schweinerretter. War vielleicht nicht der beste Schweinerretter. Weil er halt eben, ja, sein Golden Knight Dash gemacht hat. Ich dachte, meine Muskelzirn überlebt vielleicht. Okay. Neverminds. Wir... Okay. Interessant. Können wir einfach sappen, oder? Hä? Ist das so schlecht vom Gegner gespielt? So, jetzt können wir reingehen mit Schweinerretter, spielen den Feuerball, falls seine Skami kommt. Die wahrscheinlich kommt. Okay, die nicht kommt. Die kommt ein bisschen zu spät. Okay. Wir lassen unser Zap in der Hand. Für seinen Sparky, falls er nochmal spielt. Okay, spielt ihn wirklich. Jetzt einfach mal mit Musketieren hinten. Ich weiß schon, was er jetzt macht. Okay. Können auch eine Kanone spielen. Und dann sappen wir einfach. Hä, warum nicht? Was will er machen? Sein Sparky geht down. Wir gehen rein. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Zap. Falls seine Skami kommen sollte, sie kommt. Sie sappen wir. Dann spielen wir Feuerball. Und das Game ist auf jeden Fall durch. Das Game ist durch. Kick-Night-Sower. Ist mir relativ egal. Ihr habt es gesehen. Wir gewinnen Gegner mit Feuerball. Mit Mega-Rettern. Mit Feuerball. Mit was auch immer. So, ich kann euch vielleicht nochmal kurz was zum Deck sagen. Das ist das Deck. Ich bin gerade auf meinem anderen Account. Ich würde es, wie gesagt, eher so spielen. Wie gesagt, wenn ihr die Magie-Schützen habt und er höher ist vom Level, spielt eher die Magie-Schützen. Wenn ihr die Musketierin, also wenn ihr das gleiche auf dem gleichen Level habt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Musketierin zu spielen. Weil sie einfach mehr Schaden macht. Und auch einfach, ja, zum Beispiel Feuerball überlebt. Falls der Feuerball auf dem selben Level ist, weil der Gegner einen überlevelten Feuerball hat, es macht keinen Unterschied. Aber die Musketiere macht einfach ein bisschen mehr Schaden. Das war's mit dem Video. Ich danke fürs Zuschauen. Lass auf jeden Fall ein Abo da. Ich werde in die Tage auch Arena 6, das Arena 6 Deck hochladen. Und dann, ja, von Tag zu Tag werde ich bis zu Arena 17 alle Decks vorstellen. Deswegen lohnt es sich. Ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Ciao.